ich kann mich erinnern ich glaube ich bin ja ich muss hier und ich glaube na komm ich weiß was ich weiß ich weiß wenn ich jeder weg so fucking gleich aus würde ja nicht mal ein apel und ei woran ich mich orientieren kann wer kennt das sprich auch nicht dass der apfel sagt immer dahin wo zivilisationen ist weg von euch keine zeit hab noch termine muss noch zum backen arzt und zwar nicht die backen im gesicht helft genau diese dieser weg wird kein leichter sein dieser weg ist voller schnee und schwer alter nicht nur vielleicht werde ich ein frierig sein bin ich hier richtig hallo ja ich ja ich dass ich bin gerade ich hallo alter wo geht es lang ein schnee der deinen namen trägt tief am meeresboden ja wir befinden uns gerade auf dem meeresboden und zwar genau drei meter über dem meerespiegel vielleicht auch 50 meter oder ja ein bisschen hallo igen was geht ab schnitzel freunde so heitrank könnt ihr euch jetzt abschnetzeln boah ey ist dieser weg zum ja ja nein nein bin jetzt zurückgegangen ja ja wo bin ich rechts 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 links schwäche und so freiheit wo bin ich ähm war ich hier schon mal hallo wieso redet da keiner mit mir ach ja ist ja ein let's play ganz vergessen ach hier bin ich runtergedüßt geil das runterdüßen sah mir aber länger aus direkt da tschüss ikowski wohooo robot ok oh das hätten wir erledigt geil wir haben doch mal was hingekriegt ok warte ich kotze es mir nicht mal an wegen dieser shimra rakete ist sie noch irgendwo ich weiß es gar nicht so was heißt der flugschäfte und zwar wo habe ich mein flugschiff geparkt ich werde zurück hallo boah ich hätte am liebsten jetzt so einen ferngestellten autoschlüssel da hier so so flugzeugschlüssel damit ich weiß wo ich geparkt hab was echt hier kriegst du einen hengst schlag genau ach so ich habe mich schon die ganze zeit gewundert warum das limit von dir barrett blau ist weil er immer noch trauert er ist traurig vielleicht müssen wir ihn wieder gesund machen ich mag es nicht wenn er traurig ist aber aber vielleicht wie wäre es mit ein bisschen spaß du rotes misty ganz ehrlich ey ich krieg hier noch die krise ja äh guckten wir uns den cosmo canyon noch an ach warum nicht ey wir haben die zeit ganz ehrlich ich meine ich habe eh vor das letzte zu strecken das ist ja wohl alt bekannt das mache ich immer deswegen kann man ruhig mal hallo hallo ich weiß nicht ich warte ja nein 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 so ey was guckst du so blöd ma und zu alter das war ein ninja tröll dass ich jetzt ich werde verrückt hallo again es kommt der kosmo canyon das das ja ich fühle mich das ja du 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 das ist du 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 diese mann und die marken bei das haut von rein ich hätte substanzen gleich sonst werde ich zum zeichnen oder zum zeichnen das ist mir eigentlich alles gleich ja auch gleich hat sich gleich also diese melodie finde ich geil so scheiß aufmacht hier ne scheiß auf wie der hersteller ja ja hellauf begeistert was soll ich da rein das ist eigentlich eine ganz gute frage aber wisst du was schutz ja das war nichts kleines leider ist das ohne spaß ich habe den raum nie gesehen vor der lagen socken schätzt du brauchst doch gar nicht traurig sein sonst werde ich nein ja doch ein bisschen einfach jedes mal wenn ich die untersuchung vielleicht nicht diese kann ich meine ganze punkt vergessen oh ja geil wo ist hyper 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 wo ist es man muss ein hyper jetzt ich traurig auf ok ich traurig auf Warum bin ich wütend, wenn es Trauer aufhebt? Das ist ganz schön rassistisch. Wenn man nicht traurig ist, ist man wütend. Das Gegenteil von Trauer ist Wut. Nein. Da bin ich strikt dagegen. Wenn ich nicht traurig bin, da bin ich glücklich. Yeah. Oh, diese... Oh, das geht voll rein. Ich muss mal wieder speichern, glaube ich, oder? Äh, wo geht es lang? Äh, da lang. Oh, yeah. Aber so richtig, ich kenne dich hier noch aus. Hätte Red mitnehmen sollen, glaube ich. Geh da rein. Hallo. Spinner zieh. Hallo. Geh da. Mein Gott. Zack. Einmal höher. Yeah. Oh, ja, Alter. Das geht voll. Ich mach irgendwann nochmal einen substanzen Song, ey. Song mit Z. Und K, man. Der Song. Hallo. Hey. Oh, die Melodie ist... Oh, Mann. Wie öde. Ich will die Maschine immer noch voll cool. Ich will die auch haben. Hallo, meine Freunde. Ich habe lang nachgedacht. Über Gelb. Nicht nur über Gelb. Über euch alle. Eure Farben. Über Gelb. Über Grün. Und über Rot. Ich habe lange, lange und intensiv über euch nachgedacht, was ich mit euch machen könnte. Verbrennen. In den Weltall schießen. Vielleicht aufessen. Vielleicht aufessen. Aber nein. Ich bin ja nicht so wie ihr. Die Träume aufessen. So wie ich ihn eins hatte. Ich wollte fliegen. Ich wollte... Oh, hoch hinaus. Aber wegen euch bin ich hier geblieben. Mein Traum wurde... Er ist einfach geplatzt. Und deswegen... Verspüre ich keine Trauer. Nein. Ich bin auch nicht glücklich deswegen. Ich bin stocksauer. Ich werde euch irgendwann einfach mal orientieren. Okay, das könnte es ein bisschen pervers ausraten. Hier bitte jegliche Schimpfwörter einfügen. Nee, ehrlich, was mache ich mit euch? Hallo. Große Substanz. Sie blüht sonderbar. Näher herangehen. Von der großen Substanz gegen ein stilles Blühen aus. Diese Farbe ist dieselbe wie beim Fehlsubstanz. Große Substanz. Sie blüht sonderbar näher herangehen. Von der großen Substanz gegen ein samtes Blühen aus. Diese Farbe ist dieselbe wie ein Zauber Substanz. Warte. 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 Aufrufen. Warte, warte. Ich glaube, eine fehlt, oder? Gelb-Grün-Blau. Warte, warte, warte. Wir haben Gelb-Grün-Blau. Gelb-Grün-Blau? Gelb-Grün-Rot. Hä? Irgendwas war falsch. Hier im Gelb-Rot-Grün-Blau. Die auch? Da wollte ich zwei noch. Die hier habe ich. Die habe ich auch. Boah. Ich bin schockiert. Tocco-Rated. Ja, die anauten gehen. Leute, ich muss graben. Das kann ich hier noch machen. Ich glaube, die nächste Aufnahme. Ich wollte eigentlich... Ja, ich muss das Leiderswort eigentlich damit... Ja, die Musik. Ich muss das Leiderswort eigentlich mit einbinden. Ausgrund dessen, weil... Ich weiß ja schon, wie man die große Substanz kriegt. Also, eine davon auf jeden Fall. Bloß... Äh... Es gibt doch noch einen zweiten Weg. Und das ist gerade... Der zweite Weg wäre, dass ich sozusagen... Also, das ist ja die große Substanz da oben. Die Einzelteile davon. Der zweite Weg wäre, dass ich die Substanz... Ähm... Halt alle habe. Also, wirklich alle zusammen habe. Dann könnte ich sie vielleicht kriegen. Wisst ihr was? Ich speichere mal kurz. Ja, oh man. Diese Melodie, ey. Das flasht mich. So, jetzt mal einen ganz kleinen Moment. Man müsste denken, dass ich jetzt eigentlich nichts mehr zu tun habe. Weil... Also, im Fall ist sie gerade. Weil, ähm... Meine Sachen, was ich ausprobieren wollte. Ist wirklich alles durch. Ich weiß aus der Quelle, dass ich halt... Diese Shinra-Rakete... Hätte ich das richtig gelöst, hätte ich... Äh... Eine Bestie bekommen. Mehr verrate ich aber leider nicht. Aber ich kriege die Bestie auch noch woanders. Und zwar beim Graben. Und das kotzt mich gerade an. So, und beim Graben... Ja, ich bin gerade im Menü. Weil ich mir Trinken reingekittert. Warte. Perfekt. Und beim Graben... Kriegt man auch noch, wie gesagt, mit Gasschlüssel. Und ك Church. Das ist ja starm nos Zimmer. dipsrandkla вообще. Und bei jedem gleichzeitig... slash http 4 Zip... und der ent Anthem... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020